Ein Eisenschwert Stone 272 272 Okay Das heißt What? Achso Wenn ich F9 drücke Dann Geht bei Fraps halt die Frames Anzeige Aber wenn ich F9 drücke Dann kommt auch die Kamera Smooth Einstellung Sozusagen Für die Maus Drum hatte ich gerade Ja So auf jeden Fall Jetzt hole ich noch Neue Koordinaten für die Slimes Ich weiß gar nicht wo die eigentlich spawnen Ich bestimme jetzt einfach mal die Säulen Wobei nein ich lasse sie da wo sie sind Ähm und zwar Spawn jetzt Jeder In jeder Runde sozusagen Oder halt In der Runde In jeder Umdrehung hier Spawn Äh Einen Schleim Und in jeder zweiten Spawn auch Ein Wither Skelett So Ähm 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 Okay Hoppala Dabei fragt mich Ob ich machen soll Das Guest Spawn Komm das mach ich Ich mach aber nur Wenig Guests Spawnen Und zwar spawnen die hier Minus F7 6 22 Minus 2 3 8 So jetzt muss ich gucken Summon Ähm Guest Ja okay Kann ich jetzt nicht machen So gesehen Weil Das hier auf Peaceful ist So Dann mach ich hier Summon Guest Custom Name Den sieht man wahrscheinlich sowieso nicht beim Guest Fügen hier die Koordinaten ein Und tun size weg So Jetzt kopiere ich den ganzen Comment Und mach hier wieder ein OneTick Pulse Zack 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 Ops Das hätte ich schon ja noch gar nicht wegmachen müssen Zack 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 Hier ne Fackel Die Fackel haben wir schon Hier das Und da oben noch ein Ripita Und Dann Die Hopper nehmen Loch in den Boden Boden schlagen Boah Heute kann ich Sauer nicht Also ich hab schon einen rein Und dann hier oben Redstone drauf Und Moment 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 Zack 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 Dann machen wir es so Dann spawnen nämlich Guests nur jedes Viertel Dingens So den Comment habe ich hier Und dann kommt es hier raus So Und jetzt Der Comment müsste eigentlich da rein passen Oder Ja Jetzt machen wir Slash Clear Und gucken Wo die jetzt spawnen Hier Okay die fliegen da Oh Gott Die können da noch rausfliegen Der hat einen kleinen Namen da drüber Habe ich eine Idee Dass ich hier so eine Art Gitter mache Zack Wo die Guests nicht durchkommen Zack Ich ruckele sowas von Mami Zack Ich hoffe dass Guests durch zwei Blöcke nicht durchkommen Ich denke mal Und So Hat man hier das wunderschöne Gefängnisfeeling Nee Keine Ahnung Äh Dann Guest Aber ich kann auch einfach so machen Kann ich nicht Ich habe wieder auf Peace vorgestellt Und dann gucke ich mal Ob der da oben rausfliegen kann Jetzt fliegt er wieder runter Mach ich halt so What 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 Ist jetzt draußen Pff Mach es halt so Wir fliegen alle raus Mami Was so Machen hier eine Stange nach unten Kleiner Schrei Heiß Okay die kommen da glaube ich nicht raus Nee Yay Dann passt ja Dann hätte ich jetzt eine Idee Dass ich in der nächsten Wave Genau das selbe macht Dass die Guests da auch nochmal spawnen Also Ich brauche wieder ein One Take Poser Hier die Blöcke Zack die fucker brauche ich auch Zack 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 Boah irgendwie Meine Maus spinnt etwas Hallo Ich bin die Maus Ich habe irgendwie vor die niedrige Sensitivität Obwohl sie normal eingestellt ist Boah wie das schon wieder ruckelt So Und jetzt so Und jetzt mache ich Das hier Bei jedem zweiten Mal Guests spawnen Zack Ups Pff Zwar genau die gleichen so gesehen Und Das hier So wie da drüben Lava Slimes spawnen So Jedes Mal Aber die sollen Nicht da spawnen Wo sie gerade spawnen Ich weiß nicht mal wo Das ist ehrlich gesagt Sondern Und ich habe eine Idee Hier Sollen sie spawnen Minus 11 7 9 4 Minus 2 Für 5 Da sollen die Slimes spawnen Zack Dann setzen wir das hier Weg Und jetzt Mache ich noch Wo mache ich sie Die Slimes